hallo leute ja wir sind wieder unterwegs zur küste da drüben unterwegs wollen wir hoffen dass wir irgendwie eine birke oder sowas noch finden weil wir brauchen ja noch edelholz und so und kernholz und dann wollten wir noch zinn haben damit wir bronzefeile machen können und den bogen glaube aufwerten war das wegen dem holz ne wisst ihr bescheid schaut das logo und dann jungen großbildschirm so dahinten ist noch eine eiche das ist hier rechts auch eichen weil eichen gaben auf jeden fall auch kernholz ne das ist eine buche aber das da ist bestimmt eine eiche oder und da liegt noch einiges da läuft ein wildschwein noch lang neck haben wir auch noch gehört wenn das eine eiche ist dann kriegen wir doch unser holz da her oder so dass man stamm holz jetzt ist mal angucken dass wir ja was wir kriegen jetzt in das klein wird holz edelholz edelholz gibt es mal kernholz gab es nicht das waren die pinien oder was waren das hier gibt es nur edelholz eicheln haben wir jetzt okay das ist natürlich neu hier wäre noch harz den können wir auch noch aufnehmen drüben gibt es noch bären da sind natürlich auch noch zwei eichen ne hier liegt noch ganz viel rum brauchbares holz wahrscheinlich nur einfaches holz oder da oben war dann der troll ne oder so was sagt die karte was haben wir hier holz wir müssen nachher überlegen ob wir das holz mitnehmen oder nicht was ist das hier ist ein wagen kann ich den noch ziehen habe ich den hier vergessen den habe ich hier vielleicht vergessen oder kann das sein wenn dem so ist es gut weil dann wir kriegen los so nach nee so den brauchen wir auf jeden fall ist das jetzt hin glaube ja oder nö nur nasse steine hier ist ein bisschen viel wasser hier sind wir vielleicht auch noch zu auf dem falschen stein ne falschen untergrund hier dieses brauchen wir hier muss ja irgendwo jetzt das passende material sein oder den brauchen wir jetzt nicht den hirsch weg ist er jetzt mal wieder keine waffe weil wir duscht haben beziehungsweise baden waren das ist kein zinn aber wir haben wieder nichts zu essen sehe ich gerade das ist schrecklich das war ausdauer und zweimal fleisch bitte so kommen ist noch irgendwo einer wäre jetzt schön wenn wir den ganz hätten zinn aber den gibt es hier wahrscheinlich da vorne steht eine birke da steht eine birke wahrscheinlich müssen wir erstmal die birke machen da vorne hier ist noch mal eine birke na super na super 2 auf 1 streich hat wohl klappt na wo ist die birke da der bungee der hatte mir übrigens geschrieben dass irgendwie der ton nicht gut sein sollte im spiel ich habe das mal geguckt habe aber nicht wirklich was gefunden es könnte höchstens sein dass ich dass ich sag schon edelholz jetzt müssen wir überlegen was wegschmeißen dass ich hier auf meinen lauschern hier das zu laut hatte und dass man das da gehört hat das könnte natürlich sein das schmeißt auch weg das ist jetzt einfaches holz ok das heißt wir wollen jetzt erstmal das edelholz haben 289 da noch mal was ja ich habe es jetzt erstmal macht jetzt keinen sinn hier weiter zu machen doch wir müssten zum anhänger gehen und das da reinladen dann macht das sinn mal den haben wir ja gefunden ja da hinten steht da und dann müssen wir gucken dass wir in die andere richtung gehen da war auf jeden fall 10 vorräte vielleicht wir können ja mal die vier nehmen oder also reparieren wir können den hier nicht reparieren auch gut dann packen wir mal jetzt das holz hier rein Krauzwerge und Trophäe da kommen nehmen wir auch mit auf jeden Fall die Eichel nehmen wir mit hier ist nochmal Holz Harz rüber da kommt das können wir auch da reinpacken wenn so weiter geht's auf der Suche nach Zinn warum habe ich jetzt wieder keine Waffe in Hand gehabt das ist kein Zinn das ist auch kein Zinn das ist Feuerstein hier ist es aber oder? ah ne das sind Viecher warum nimmt er die nicht? komisch so jetzt nochmal das Ganze so jetzt nochmal das Ganze das ist schlecht brauchen wir auf jeden Fall die 6 ok Trolläder ist wieder angesagt wir sind schon auf den richtigen Fallen ok das war wieder super hat ja gut geklappt nein hier konnte ich auch nur in die Ecke laufen ne einen Wildschwein brauchte ich jetzt eigentlich nicht so ein Shit aber jetzt ist wieder besonders doof mit dem Wildschwein das Wildschwein ist nur da das Wildschwein sind wir jetzt los aber dafür haben wir richtig genau einen auf die Röbe gekriegt und das können wir uns jetzt auch nicht wieder leisten hier ne oh jetzt hat er nicht einen Fein an Bogen in der Hand genommen bloß nicht dass die Necks noch bei mir sind ey das wäre jetzt das Schlimmste ja wenigstens haben wir jetzt gut regeneriert können wir mal die 7 nehmen das ist ja so ein Trank ne kann sein dass der nicht so schnell kaputt geht wie die anderen jetzt muss ich gerade wieder das Skelett noch kaputt machen oder der hat das Skelett kaputt gemacht auch gut das hat jetzt wieder nicht so gut funktioniert eigentlich ne ja jetzt hat es wieder nicht geklappt mit dem Pfeil schießen ja das war jetzt an der falschen Stelle gemacht ne ja 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 irgendwas irritiert den hier ne ja er haut auf jeden Fall ab und das will ich jetzt nicht wo ist er denn? der kann jetzt nicht weg laufen da ist er oder? ja 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 Okay. Oh, jetzt an wir gleich. Ui, 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 ui! Der ist noch nicht kaputt, ich dachte, er wäre schon gestorben, war wohl nicht so. Endlich, ey, puh, ja, machen wir alles, was ist das noch gewesen, keine Ahnung, es ist immer noch kein Zinn. Haben wir irgendwann mal irgendwas weggeschmissen, sonst können wir erstmal was in den Anhänger laden, glaube, oder? Oh, schade, der Anhänger ist kaputt. Das ist ja richtig doof, ne? Dann hat er den kaputt gekloppt. So, das bedeutet, das ist nur einfaches Holz, das heißt, das brauchen wir nicht. Ich würde hier gerne dann noch was raus mitnehmen, weil hier ist bestimmt das Edelholz dran, das ist auch noch einfaches Holz und die drei Samen nehme ich auch mit dafür. Steine, ach, jetzt haben wir sie alle mit. Haben wir noch anderes Holz? Ne, das ist doch das normale Holz, dann können wir da noch so weit wie es geht reinmachen. Oh, okay, das ist zu schwer. Ist auch noch zu schwer. Ah, einer noch. So, das ist alles, was wir mitnehmen können, das machen wir jetzt schnell. Gut, ich würde sagen, wir machen hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich denke, dass ich versuche, einen Anhänger zu bauen und dahin zu kommen, um die Ware zu holen. Alles klar, bis dann. Ciao.